Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Quincy von den Fallout Legends. Ich habe euch ja versprochen, ich werde ab und zu mal ein paar Posts von mir auf meinen Kanal bringen. Ich wollte euch nur sagen, ich werde demnächst wieder auf dem PTS in Fallout 76 was experimentieren. Und zwar werde ich dort das The Pit testen und dann werdet ihr von mir auch die neuesten Informationen darüber erhalten. Und Punkt 2, den ich euch mal mitteilen wollte, ich bin natürlich jetzt ein bisschen seltener in Fallout 76 drin, werde aber natürlich auch wieder regelmäßiger dort auftreffen. Zur Zeit mache ich ja gerade 7 Days to Dice mit 10 meiner Teammitglieder. Wir wollen auch noch mehr auf unseren Server raufkriegen. Und dann habe ich ja noch ein ganz, ganz neues Projekt und das mache ich mit meiner Enkelin Alina. Und die unterstützt mich dabei sehr, sehr stark. Und zwar nennen sich das Projekt natürlich Verlassene Orte und Verlassene Plätze, also Lost Places. Und dort werden wir euch, zwei Videos haben wir schon rausgebracht, so ein paar, ich sage mal Location zeigen, die wir mal untersuchen werden. Vielleicht finden wir ein paar alte Schulen oder ein Krankenhaus, alte Häuser untersuchen wir. Vielleicht auch mal einen alten Flugplatz, müssen wir mal gucken, wo wir da hinfahren. Auf jeden Fall könnt ihr uns ja mal ein paar Tipps in die Kommentare schreiben, wo ihr der Meinung seid, was wir mal untersuchen sollen. Wo ich mit meinem Team, ich bringe demnächst vielleicht auch nochmal den Stick 01 mit, vielleicht nehme ich auch den Amomuru damit zu. Schauen wir mal. Gebt ihr uns mal bitte einen Tipp, wo ich dann noch ein paar Locations finde. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Euer Quincy 6860. Ciao.